Wir sind ein eingespieltes Team aus Machertypen, die nicht nur ihre kreativen Ideen aufs Papier bringen, sondern auch realistisch auf Kundenwünsche eingehen und diese Schritt für Schritt gemeinsam verwirklichen. In unserem Lehrlingsbuch dokumentieren wir täglich unsere persönliche und fachliche Entwicklung. Mit dem Abbund beginnt das Umsetzen der Pläne. In Teamarbeit bereiten wir unsere Holzkonstruktionen in der Halle vor. Eine genaue und effiziente Vorfertigung erleichtert uns dabei alle darauffolgenden Schritte. Beim Aufrichten der Bauelemente an der frischen Luft geht es dann für uns Holzbau richtig hoch hinaus. Wenn alle Holzkonstruktionen am richtigen Ort sind, dürfen wir bestauen, was wir zusammen mit viel Herzblut und Schweiß geschaffen haben. Wir sind durch und durch Teamplayer. Was wir an unseren Hobbys schätzen, finden wir in unserer Arbeit wieder. Dabei behalten wir während der Ausbildung unser Ziel mit einem sicheren Blick in die Zukunft immer vor Augen. Ich bin Pius Reumiller und mache meine Ausbildung zum bautechnischen Zeichner und Zimmerer. Werde auch du Teil unseres Teams und mach deine Lehre beim Holzbauer.